Hallo, ich bin Ju von Support.net. Heute möchte ich Ihnen erklären, was genau eigentlich eine App ist. Nun, eine App ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Programm oder ein Spiel, ursprünglich gedacht für Smartphones oder Tablets. Mittlerweile gibt es aber auch schon Apps für MacBooks oder für Google Chrome. Apps unterscheiden sich im Grunde genommen von normalen Anwendungsprogrammen nur insofern, als dass sie anstelle durch einen komplizierten Download- und Installationsprozess einfach direkt per Mausklick installiert werden. Vollautomatisch. Dies geschieht innerhalb eines in das Betriebssystem bzw. in das jeweilige Programm installierten App Store. Ein kleiner Hinweis zur Sicherheit noch. Installieren Sie Apps bitte immer nur aus den offiziellen App Stores, beispielsweise von iOS, Android oder dem Windows Marketplace. Aus anderen Quellen ist nicht unbedingt garantiert, dass diese Programme immer bierenfrei sind. Nun wissen Sie also schon, was eine App ist. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal wünscht Ju von Support.net.